Ich teile heute einfach mal alles mit euch, was ich aus meiner Ausbildung als Karrierebegleiterin und aus meiner eigenen Erfahrung weiss, um für uns bunte Brains das ganze Bewerben ein bisschen weniger zum Spiessrutenlauf zu machen. Und am Schluss gibt es auch noch ein paar kleine, konkrete Tipps für den CV, denn ich weiss, dass ganz viele von uns da irgendwie blockieren. Ich habe einen sehr bunten und bewegten Lebenslauf und ich habe auch schon tausendfach an mir selbst gezweifelt, wenn ich eine Absage bekommen habe. Und ich habe das natürlich auch alles auf diesen bunten ADHS-Lebenslauf geschoben. Doch es liegt nicht immer am Lebenslauf oder der angeblichen eigenen Inkompetenz in Bewerbungsgesprächen. Sehr häufig ist einfach schlicht und ergreifend jemand anders ein bisschen besser geeignet. Vor allem mit Rejection-Sensitive-Dysphoria, der krassen emotionalen Reaktion auf Ablehnung, kann das natürlich super viel auslösen bei einem, wenn Absagen reinflattern. Darum möchte ich es nochmals betonen, auch wenn du auf eine Stelle zu 100% passt, kann es einfach sein, dass ohne böse Gründe jemand anderes ausgewählt wird. Das heisst nicht, dass du nicht gut genug bist, sondern dass andere auch geeignet waren. Und da wird manchmal buchstäblich mit einem Würfel oder einem Los entschieden. Und es ist natürlich super nervig, dass man sehr häufig dann nur Standardantworten bekommt, in die man alles rein interpretieren kann, warum man jetzt diese Stelle nicht bekommen hat, wenn es sehr oft einfach total banal war. Auch wenn du die detaillierten Gründe vielleicht nie herausfindest, gibt es trotzdem Wege, besser mit deiner Absage umzugehen. Frage dich, weiss ich wirklich, dass mir wegen meinem bunten ADHS-Lebenslauf abgesagt wurde? Gab es echte Sicht- und hörbare Fakten dazu, die darauf hindeuten? Oder könnte es daran gelegen haben, dass einfach zu viele in Frage kamen? Hat das Unternehmen denn überhaupt zu mir gepasst? War es eventuell zu spießig oder zu fortschrittlich oder sonst irgendwas? Was würde denn besser passen? Und falls du denkst, du hättest im Bewerbungsgespräch irgendetwas falsch gemacht, frage dich, warum du vielleicht nicht das sagen konntest, was du wolltest. Und was würdest du beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Und was müsste dein Gegenüber anders machen, damit das für dich besser läuft? Denn man ist zu zweit in einem Bewerbungsgespräch. Das vergisst man gerne mal. Waren die Fragen überhaupt sinnvoll und fair? Wurdest du künstlich unter Druck gesetzt vielleicht? Und warum hast du dich unwohl gefühlt? Gibt es da irgendwas, was du beeinflussen kannst? Oder lag es wirklich einfach nur am Umfeld und in Umständen? Das ist die Gelegenheit, dass du ganz ehrlich bist zu dir. Und wenn du es schaffst, auch deinen eigenen negativen BS-Out zu callen, den du über dich denkst und zu dir selbst sagst, wirst du jetzt herausfinden, ob du überhaupt dich auf passende Stellen bewirbst, die dir Freude machen würden. Und wenn dem nicht so wäre, kannst du jetzt auch bewusst dich entscheiden, dich auf andere Stellen zu bewerben, die besser passen. Und so siehst du auch, was du vielleicht künftig noch bei dir verbessern kannst. Und ja, ich weiss, man kann sich nicht immer den Traumjob aussuchen. Doch wenn irgendwie möglich, sollte der Job zumindest nicht der komplette Horror und einigermassen machbar sein. Also darunter solltest du deine Standards wirklich nicht setzen. Wie verkaufe ich jetzt am besten meinen bunten CV? Ja, es ist schwieriger, sich mit einem bunten Lebenslauf zu bewerben. Einem ADS-Lebenslauf. Ja, die Arbeitswelt ist teilweise immer noch nicht ready für so vielseitige bunte Brains. Aber, und ich spreche jetzt natürlich nur aus Schweizer Sicht, ich weiss nicht, wie es in Deutschland und Österreich diesbezüglich ist, es gehört zur heutigen Arbeitskultur und Arbeitswelt, dass Menschen häufiger wechseln. Wenn man ungefähr ein Jahr irgendwo war, ist es eigentlich nicht mehr so ein Problem. Und da wird nur nachgefragt, wenn sonst vielleicht etwas nicht so ganz passt. Wie kann man also seinen bunten Lebenslauf attraktiv gestalten? Die Hauptregel ist, die erste Seite des CVs muss die wichtigsten und relevantesten Meilensteine vereinen und den Blick auf sich ziehen, also ein Eyecatcher sein. Ich bin persönlich immer sehr gut damit gefahren und habe auch gutes Feedback erhalten, mich auf der ersten Seite des CVs mal grundsätzlich als Mensch mit meinen Stärken und meiner Motivation vorzustellen. Das kann man dann ein wenig an die jeweilige Stelle anpassen, natürlich ohne zu flunkern oder eben sich zu verstellen oder dort auch noch zu masken. Es geht ja gerade um die echte Persönlichkeit. Und da hast du auch die Gelegenheit, als vielleicht von dir als schwäche empfundenen Eigenschaften, zum Beispiel mega viel verschiedene Jobs gemacht, auch als Vorteil herauszustellen. In diesem Falle sind nämlich Vielseitigkeit, Lernbegierigkeit etc. die positiven Kehrseiten. Und weil wir ADHSler sind, wir müssen aufhören, ständig unser Licht unter den Scheffel stellen und zu ignorieren, was wir bisher alles geschafft haben, auch wenn es ganz unterschiedliche Dinge waren. Wir dürfen stolz unsere Leistungen, wie zum Beispiel Abschlüsse, unsere positiven Seiten, Skills etc. in die Welt hinaus posaunen. Und zwar auf der ersten Seite des CVs. Das Problem ist doch oft, dass wir das selbst nicht als Leistungen oder Skills erkennen. Dazu kann ich nur empfehlen, mal die eigenen Stärken zu erkunden, auf dem Internet andere zu fragen oder auch in ein Stärkencoaching zu kommen. Was ist denn mit Lücken im Lebenslauf? Ich weiss, dass viele von uns bunten Brains auch damit zu kämpfen haben. Grundsätzlich kann ich sagen, es ist immer besser, wenn man das nicht einfach versucht, so stehen zu lassen, sondern dass da irgendwas steht. Denn sonst kommt mit Garantie eine Frage, wenn jemand genau hinschaut. Und wenn es nicht gerade super relevant ist für die Stelle, muss man ja auch nicht ehrlich hinschreiben, was war Hot Take. Ich weiss. Aber ich bleibe dabei. Eine Pause zur Neuorientierung zum Beispiel reicht als Bemerkung völlig aus. Wir müssen keinen Seelenstriptease machen und vor allem sollten wir darauf achten, hier nicht over zu sharen. Ich weiss, das alles kann einem extrem Fake vorkommen, aber es ist einfach sonst zu häufig zu unserem Nachteil. Ich sage nicht, dass wir nicht ehrlich sein sollen. Dazu komme ich noch. Und ich mag dieses Spielchen ja auch nicht. Aber trotzdem müssen wir ja schauen, dass wir uns nicht selbst gleich eine Falle stellen. Es geht um eine Balance zwischen ehrlich zu sein, aber eine Grenze zu kennen, wo es halt einfach nicht mehr förderlich ist, weil wir vielleicht auch missverstanden werden. Und natürlich sollte die Darstellung des ganzen Dokuments ansprechend und einheitlich sein und seinem Selbst passen. Dazu gibt es heute zum Glück viele gute, nach kostenlose oder sehr günstige Vorlagen zum Anpassen. Links sind unten in der Beschreibung. Was für mich in Bezug auf Bewerbungsgespräche gut funktioniert hat. Für mich hat es immer gut funktioniert, eben doch relativ offen und direkt zu sein, wo ich mir nicht unnötig selbst einen Strick drehe. Ich habe zum Beispiel immer relativ offen über meine Wechsel gesprochen, wenn ich gefragt wurde. Oder auch direkt auf etwas geantwortet, wo jetzt vielleicht ein Bewerbungscoach sagen würde, sollte man nicht. Zum Beispiel, dass gewisse Stellen gegen meine Werte waren und ich dann nach einigen Versuchen, was zu verändern, die Konsequenzen zog. Ich habe auch schon oft Interviewfragen hinterfragt und das kam zu meiner Überraschung eigentlich immer gut an. Und wer nicht mit meiner Art umgehen kann, sollte mich ja nicht einstellen. Und es spricht ja auch für eine Person, wenn diese weiss, was sie will und was sie nicht will und zeigt, dass sie Dinge reflektiert. Ich bin wirklich kein Fan davon, sich zu masken oder irgendwas vorzuspielen, was man nicht ist. Ich bin einfach Fan davon, sich vorher zu überlegen, wo gewisse Grenzen sind und welche Informationen zu viel oder nicht relevant sind. Und das erfordert ja auch eine gewisse Vorbereitung, die ich nur schon für meinen Seelenfrieden auch machen muss. Also ich bereite eigentlich alle Antworten auf mögliche Fragen vor und auch die Fragen, die ich gerne dem Betrieb stellen möchte und mögliche Smalltalk-Themen kommen auch gleich mit, weil bäh. Ich kann es nur empfehlen, sich gut vorzubereiten. So, ich hoffe, das hilft jetzt irgendjemanden da draussen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und auch, falls ihr Fragen habt oder erzählen mögt, wie ihr das so erlebt und was euch vielleicht hilft und geholfen hat. Nichts Schöneres, als voneinander zu lernen und einander weiterzuhelfen. Liked gerne dieses Video, schenkt mir ein Abo und wenn ihr noch weiter gucken mögt, habe ich hier noch ein Video zum Umgang mit ADS im Job und eins zur beruflichen Erfüllung. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!